Tobias fragt Pete Smead, habt ihr jemals gegen einen Charakter einer Serie oder einem Film eine richtige Abneigung empfunden? Wenn ja, warum? Boah, gegen Seriencharaktere habe ich tatsächlich logischerweise gegen mehrere schon Abneigungen gehabt. Ob das Kevin Spacey ist bei House of Cards oder King Joffrey oder, ach, was weiß ich nicht, also da gibt es Tausende, die Olle von, wie hieß denn nochmal die Frau? Boah, die Serie habe ich schon eh nicht mehr gesehen, von Breaking Bad. Wie fahre ich zum Kotzen, die Ehefrau? Ist ja auch egal, aber warum ist ganz einfach, weil die ihre Rolle einfach gut gespielt haben und deswegen bin ich halt auch nie irgendwie abgeneigt dem Schauspieler gegenüber, so wie das irgendwie bei manchen Menschen der Fall zu sein scheint, dass die dann irgendwie den Schauspieler da irgendwie dumm anmachen. Nein, die haben ihre Rolle gut gespielt und deswegen mag man diese Charaktere nicht, den Charakter der Figuren nicht, so. Tatsächlich gegen Lilly aus How I Met Your Mother, weil sie einfach meiner Meinung nach ganz schön gemein war zu Marshall und ich mag Marshall total gerne und der hat das überhaupt nicht verdient gehabt. Es geht hier nur um Serien oder Filmwagen, nicht um Spieler. Na gut, es geht nicht um Spieler, da hätte ich dann auch noch so ein paar Kandidaten. Biff von Zurück in die Zukunft zum Beispiel habe ich auch eine große Abneigung gegen, aber der ist ja auch so gewollt, dass man gegen den eine große Abneigung hat, deswegen, ich bin da sehr leicht manipulierbar. So richtig in der Serie hatte ich eigentlich noch keinen Charakter, dass ich sage, boah, immer wenn ich den sehe, dann kriege ich Pusteln und Lippenherpes und was weiß ich, was alles. Ähm, ne. Fällt mir das auch keiner ein, vielleicht irgendwann mal, aber mir fällt keiner ein. Jetzt nicht speziell eine Abneigung unbedingt dagegen, aber bei, ja, bei, 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 ähm, Game of Thrones, wenn man, wenn da dann die Szene auf Brandon Stark gewechselt ist, das war immer so, boah, jetzt ist der da dran, das ist so langweilig, im Gegensatz zu den anderen ganzen Storylines, die da in Game of Thrones laufen. Und immer, wenn der kam, habe ich gedacht, boah, und das ist ja vielleicht so eine Art Abneigung. Ja. Also eine Abneigung gegen bestimmte Filmcharaktere habe ich so, er sagt, nicht. Ich finde, er sagt, die meisten, die ich so kenne, haben eine vernünftige Berechtigung, sind auch ziemlich cool. Ähm, wo ich es teilweise schon ein bisschen extrem fand, aber nicht in der Abneigung, wo es einfach nur schon so fast zu krass, war, ähm, verdammt, ich hoffe, er hieß Ramsay aus Game of Thrones. Das fand ich schon übel und dann dachte ich mir, soll ich das das erste Mal gesehen habe, so, ohne jetzt zu spoilern, dachte ich mir nur so, alter, das ist krass. Aber, dass ich sage, so, boah, der muss jetzt irgendwie da raus, ähm, ne, eigentlich nicht. Weil, ähm, ich sag, wenn ich schon mal dachte, dass irgendwie der Charakter oder so schlecht ist, dann dachte ich mir meistens, wenn der ganze Film ist nicht so gut, dass ich ihn mir angucken muss, würde oder sollte. Aber, da ich jetzt sagen würde, boah, die Serie wäre besser oder der Film wäre besser, ohne den Charakter, habe ich noch nicht.